Wir machen Stars. Zwischen den Stars. Zum Beispiel hier, nicht gerade dort und nicht gerade anderswo, sondern gerade hier heißt der Gegner von Reinhard Steinberg. So, Schluss mit lustig, jetzt wird's ernst. Vierte Runde, Bavarian Race Cup, Sonntag, der 17. Oktober 2021. Kaum zu glauben, ich habe 2 zu 1 in Spielen. Nach dem dritten Spiel eine positive Pflanze gibt's überhaupt nicht. Auch wenn's knapp war und mit viel, viel Glück, aber gleich wird's ausgeglichen sein. Steinbrinchen gegen Rahier. Und danach für mich ein alkoholfreies Bier. Durchsens. Du wirst du nicht hier nicht, wie Sie, wie Sie sagen, ich parle in tout petit Francais. Rahier, heißt der junge Mann, mit den französischen Wurzeln. Das ist ein Schokolade. Vielen Dank. Ich tue so. 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 Ich tue. Ich tue so. Ich tue so. Ich tue so. Ich tue. Ich tue so. Ich tue so. Ich tue. 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 Ich tue.